So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Niedersstrin-Runde. Und ich denke mal, wir wissen, wo wir aufgehört haben. Und zwar hat der Luna ein bisschen gefailt in der letzten Aufnahme. Ja, ich weiß, ich habe vergessen, den Text zu lesen, bei dem man dann irgendwie die Murmeln sieht. Keine Ahnung, bla, ich habe das nicht als wichtig erdacht, dass man den Text unbedingt lesen muss. Aber das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall eine Menge Texte lesen. Da werde ich mich natürlich drauf freuen, welcher Text war das. Ich werde hier einfach alle durchscrollen. Ganz flott. Einfach alles. Bla, 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 bla. Okay. Einfach mal alles hier. Essentials of Color, bla, 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 bla. So. No, check me out of books. Bla, bla, should be able to, bla, I should be able to more valuables, bla, 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 I'm not sure what that means. Bla, bla, weil die haben wir ja alle schon gelesen, ne? Liebe Leute. Hatten wir schon, genau. Und aus dem Grund habe ich jetzt einfach mal alles schnell übersprungen. Da ist die Pippe. So, erstmal den hier lesen. Collect 7 Balls of Paint, genau. 7 Balls of Paint, häh, was hat das so bedeuten? Das hat so bedeuten, dass wir uns jetzt umgucken können und jetzt die 7 Balls of Paint finden können wohl. Dazu schnacken wir den hier mal an. Juggling, ein Wunder kommt aus dem Painting. Was war ich da, wo bin ich geboren? Was? Wrong. Au. Gut, dann müssen wir jetzt rausfinden, in welchem Jahr der Typ geboren wurde. Nur woher sollen wir das wissen? Wann wurde der Clown geboren? Deaths. Marvellous Night. Ja gut, ich werde mal kurz am Bein kratzen müssen. Oh, das ist so herrlich. Kennt ihr das? Wenn das Kratzen fast so geil ist, wie alles andere. It's locked. Fishing Hook, what's up, is coming out of the sprinting? Never mind. I won't touch it. Kann man da nicht einfach dran ziehen? Natürlich. Nee, äh, nö, 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 da darf ich doch nochmal ganz schnell wiederbleiben, weißt du? Atze? Atze Keule? Äh, ah, guck mal, hier liegt einfach mal. Was ist das? Now it's soft, but I feel it could break it. Perhaps it's a ball of paint. Ich habe einen gelben Ball of paint gefunden. Wunderbar. Einfach so. Flucked. Gut, dann gucken wir uns mal nochmal in Ruhe um. Ich glaube aber, wenn ich da zurückgehe, ist nicht viel. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Man kann ja nie wissen, ob ein Ball of paint nicht auch auf der, ne, da in der Vergangenheit liegt. Liebe Leute. Nee, also, lieber einmal mehr gucken. Bei diesem Spiel weiß ich mittlerweile gar nichts mehr, was ich, was ich, was ich glauben soll, was ich nicht glauben soll. Sehr fantastisch, auf jeden Fall. Okay, es geht eh nicht zurück, das ist natürlich Wunderbar, jetzt bin ich den ganzen Weg umsonst gelatscht. Ah, dann laufe ich halt wieder zurück. Das ist ja auch nicht so schlimm. Jeder Gang macht schlank. Jeder Zweite geht in die Breite, sagt man, aber das ist Quatsch. Denn jeder Gang macht nicht schlank. Vor allem Gang. Gang. Mit K oder was. Jeder Gang macht schlangen oder was. Es reibt sich auch nicht. Wer sich diesen Reim ausgedacht hat, ist einfach nur ein Wort-Legastheniker. Oder was er noch sonst. Nur Worte können Legasthenie hervorrufen. Hihi. Egal. A disturbing door. Ich bin immer mit dir. Blah. Blah. Wie zur Hölle soll ich jetzt, äh, wissen, wie alt? Ich gehe einfach mal in die, in die Ip-Welt. Das halte ich für das Beste. Fischermann. Fischermanns Prize. Ihr habt damals komische Spielsachen hergestellt, nicht wahr? Aha. Ah, ich glaube, es ist ein Krooks in der Flur und es ist ein witziger Gas, die rauskommt. Lady mit der Haut, äh, Hump-Rille. Ah, ich bin noch ein bisschen müde. Stört euch nicht dran. Ich hoffe, es stört euch nicht. Na, hier ist sowieso nichts. Äh, äh. Da hatte ich ja auch schon alles. Dann quatschen wir einfach mal hier alle Manik-Kicken-Heads an. Aber ich denke, die bringen uns auch nicht vorwärts. Heavenly Thread. Manik-Kicken-Head. Ist hier nicht irgendwo ein Bild? Über den Typen, wie alt er ist oder so? How old am I? Das ist ja kacke. Ich will wissen, wie alt der Penner-Sack ist. So ein Penne. Treppt er einfach so nur Sachen mit uns, ey. Ist es hier unendlich? I wish I would have water placed. Ach, nee. Jetzt ist kacke. Egal. Dazu ist er da. Ist das vielleicht eine unendliche Wasser-Vase? Ja, das ist eine unendliche Wasser-Vase. Das ist schön. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Geh mal in diesen grünen Raum. Aha, da oben ist ein Ball. But I can't. Wie kommen wir denn da jetzt ran? Hä? Kann ich noch was anderes lesen jetzt? Irgendwas Spezielles, was sich verändert hat? Something on the ground. The ball of paint vanished. The essentials of colors. Es is is. Es describes the useful colors. Ja. Geh mal hier einfach rennen. Oh, guck mal, hier hängen sie jetzt die Beden. Yellow ball floats above. Green ball. Okay, das ist schon mal knuffte knaffte. Aber wir kommen hier trotzdem nicht weiter. Denn da fehlt uns was. Und steh hoch. So, wow, das war knapp. Äh, wo kommt die jetzt her? Er weiß voller Voter, plays Rose. Es ist Turbingdoll. Hey, what are you doing? I wanna play too. Ich will aber nicht spielen. Du bist doch wahnsinnig. Das ist kein Spiel. Mano, was ist denn hier los? Ich spiele nicht mehr mit dir. Äh, Fishing Hook, what's up? Never mind. Hatten wir schon angefasst. Das muss auch nicht sein. Worry. Oh, dear, was I born? Wo soll ich das wissen? 1600 und, äh, 47. Wrong. Oh. Wie soll ich jetzt auf die Lösung kommen? Da habe ich glaube ich jetzt zu doof für. Plays Rose. Ich gehe jetzt aber jetzt zurück zu Eap. Vielleicht kann ich da irgendwas Tolles machen. Auf der Seite. Fischermans Friends. Heavenly Threat. Mir ist schon wieder das Bein. Das ist unglaublich, Leute. Ich glaube, ich werde mal in den anderen Raum gucken. Hier rein. Vielleicht hing da ja noch irgendwo ein Bild. Aber kannte man hier wieder zurück? Oder laufe ich jetzt hier wieder total sinnlos? In irgendeine Richtung, die mir nichts bringt. Boink. War ja irgendwas an den Bildern. Clown. Clown. Aha. Aber heute hat es mir fun. Come on the fun world. Let's play together. Ja, ja. Der Clown. Der Clown. Aber hier steht nichts darüber, wie alt er ist. Und dieses komische Zeichen da. Diese Messinglos da. Diese. Wie hießen die Viecher nochmal? Inkognitos? Bei Pokémon. Kann ich nicht genauer deuten. Something redt es splattert hier. Vielleicht kann ich jetzt zurückgehen und da irgendwas lesen. Ich probiere es einfach mal. Okay. Hier geht es nicht weiter. Definitiv. Dann bin ich hier auch gänzlich falsch. Alles sehr kurios. Also wenn ich jetzt hier raufgehe. Da habe ich gewechselt. Okay. Bringt mir jetzt in dem Fall wiederum nichts. Boing. Denn. Ich muss ja irgendwie das Rätsel lösen. Mit dem Clown oder irgendwas anderes. Ich muss ja noch mal hier drinnen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mal in dem Loch war's nicht. Ich habe die Worte von Blah-Paintings in alphabetischer ordner. Es sollte sich ein bisschen schauen. L-Page. Aha. Lady in Rot. Es wurde gesagt. Aha. Moment. Du wirst nicht wissen, wie die Worte. juggling 6 2 2 3 6 2 2 3 das ist schon mal super das werde ich mir auf jeden fall merken 6 2 2 3 gut dann haben wir uns das jetzt auch irgendwie doch noch hin gemerkt und dann werde ich mal den typen hier 6 2 2 3 und bitte sagt er das richtig ist korrekt ich habe mich sehr ich habe es lila blau das ist schon mal richtig knuffe ich schnaffte ja ich möchte nicht mit dir spielen das ist nun mal das problem hier muss doch irgendwo noch woanders jetzt was aufgehen ich muss doch irgendwo sein können es lag ständig ist hier irgendwas lockt kriegt die krise kicken fährt du erzählen bitte kann ich jetzt ja was machen but i can´t ich habe nicht sicher was das bedeutet fantasy into reality No checking out books Conquer the unknown Kann ich jetzt irgendein spezielles Buch wieder lesen? Irgendwas, was anders ist als vorher Hm Hä? Mann, no Einfach drüber laufen Ey, drück'n Pferd Ich hatte ein Kind Kann doch nicht wahr sein Slug, the doorknob is cold and Deine Mutter Äh What? Ist hier vielleicht jetzt irgendwas zuwürzliches hinzugekommen? It's like someone is there Aber there is no one Äh Ich muss auch noch die sieben Paintings Findet deine sieben Painting Balls Und deine Wünsche werden wahr Son Goku, du bist unser Held Du klingst dich tapfer durch die Welt Ich feinde lauer in den Wald Denn jeder sucht die sieben Painting Balls Ach man, ey So ein Scheiß hier Irgendwas spezielles vergessen A girl's last day Once upon a time, there was a little girl Das Mädchen ging mit ihren Eltern zu einer Galerie Aber dann auf einmal war sie bla Und dann die Parents und kein Exit Und hilflos und hungrig und allein und durstig Und sie fing an sich selbst zu verletzen Und brachte ihren Körper an die Grenzen Die letzte Seite Hat eine Illustration eines zusammengebrochenen Mädchen Collected works of Luatana Vielleicht muss ich irgendwas noch anderes lesen Geh Die Frau in red So ist die Frau in red Das war schön, dass sie ist mit ihren Lieben Und die Läufer Das war richtige Mit ihr könnt ihr hier in der Nähe Und dann wird das Die Mädchen Und dann wird das Genau, die Frau in red Okay, bringt uns alles nichts weiter Wir müssen irgendwie anders an die ziele kommen wenn dies rechtlich kann ich ja hier mit dem mit dem mit dem mit dem maul noch quatschen tattletail bringt mir auch nicht um alle kinder hat da ist aber auch nichts lady ohne regenschirm regenschirm moment bringt mich jetzt zwar nicht weiter aber ich werde mal speichern und werde jetzt zurückgehen zum anderen typen und werden mal schauen ob ich irgendwas finden kann worry 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 kann sich etwas aus den bildern holen muss doch irgendwie irgendeine möglichkeit geben ich stehe gerade wieder voll auf dem schlauch ich komme hier überhaupt nicht mehr weiter take me ja will ich aber nicht durch nach arsch das muss nicht sein da ist ein regenschirm oder sowas aha man kann durch diesen dampf durchlaufen das muss man mir doch auch sagen du jetzt habe ich eine wunderbare herrliche idee da oben die regenschirm fehlt ich bin doch gar nicht mal so unklug ich bin doch gar nicht mal so unklug ich habe dieses lied hält am brett von subla painting es regnet es regnet es regnet ja so ist das so ist das stirbt nicht ich hoffe doch mal dass er durchschnittlich speicher das ist das ist das ist das funktioniert haben es ist das gras weg und ich werde mal plötzlich raus dass ich jetzt oben irgendwas machen kann ich bin mir zwar nicht sicher was aber ich werde da was bach genau das ist weg kann schon mit dem mannequin hätte es nichts hier ist ein geheimgang das ist aber irgendwie hat mir das jetzt gar nichts gebracht das ist ja jetzt unsinnig toll ich komme jetzt nicht weiter ich habe etwas erschaffen dass ich nicht weiterkomme oh oh ich 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 habe mich nicht warte ok es ist etwas auf dem Boden Obtänt ball of paint pink Ball of paint vanished Collected works of Guattana contains paintings by Guattana alphabetical order wonder if there is anything useful Serpents spirit Serpents of the light beginning with this piece Guattana began his focus on abstract art but at the time cubism was more popular leaving Greta's various abstract words largely ignored and or strained ear ok now we have this another alphabetical page the hanged man Guattana painted this as a page filler with working spot magazine magazine I don't know I just read it once this illustration became renowned it was sold for a limited time as an actual tarot card using this picture the picture presently it is nearly impossible for one to find the tarot card the last work of Guattana's life while the girl appears almost lifelike naturally she is not based on a real person ok there is a familiar painting on the other side of the page Warum? Es kann nicht sein. Das ist Mary. Sie ist nicht existiert. Was bedeutet das? Und sie ist jetzt mit Ip. Das Ohr hat gewackelt. Da ist jemand anderes. Ich hörte Marys secret. Warte, ich schweiche aber lieber. Pipsche. Ich habe etwas gut genommen bekommen. Ich mache es mein Geschenk. Oh, seine Stomach sieht irgendwie größer. Was soll ich tun? Check die Dahl. Ich denke, ich sehe näher. Einige Dinge kamen aus diesem Dahlstomach. Es ist etwas auf dem Boden. Obtänt eine Bottle paint. Rot. Bottle paint vanished. Ah. Der Fug. Na, ich weiß nicht, ob ich der Figur trauen soll. Ich weiß ja erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon alle habe. Eine fehlt noch. Eine Farbe. Und die letzte Farbe wird wahrscheinlich in dieser Kühlkammer sein. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde mal kurz einen kleinen Check abwagen. Und da ich ja gespeichert habe, würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Liebe Leute, wenn der Part lang genug ist, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also auf bald, liebe Leute. Tschüssi Kowski. Piee! Tschüssi Pia